Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal, opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es. Heilands Worte. Ich brauche Sühne, Seele, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, ihr Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam der allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen, mit der Großen bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Bullschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Amen. Ich bitte täglich den Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Herzenstausch mit Jesus, allerheiligste Jungfrau Maria. Tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kannst. Riefst du, Herr Jesus Christus von Art, Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus, tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kannst. Gegen dein heiligstes Herz. Erfülle meine Bitte, du Guter und Getreuer Jesus. Damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldene ist aber Maria, wie der heiligen Gertrud geoffenbart. Sei gegrüßt, du weise Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende, rose himmlische Anmut. Von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähe unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Gelobt Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind erlieb. Uns allen deinen Segen geben.